So, liebe Leute, heute ist es soweit, habe ich meinen ersten Gast hier und zwar Eik, mein guter. Eik ist Koch mit Leidenschaft und Eik hat zwei Schallplatten mitgebracht, die liegen schon hier auf den Plattentellern und wie schon angekündigt geht es darum, einmal Eiks erste Platte zu präsentieren, die er sich von seinem eigenen Geld... Nee, nee, die mir meine liebe Tante geschenkt hat, muss ich sagen. Ja, okay, die dir deine liebe Tante geschenkt hat. Und dann hat er dir ein ganzes Schmuckstück mitgebracht und zwar die Platte, mit der er heute nochmal eine Plattensammlung anfangen würde. Da hören wir nachher auch nochmal gleich rein. Supi, freu mich. So, kommen wir mal zu der ersten Platte. Erste Platte, ja, wie gesagt, also um da ein bisschen eine Fundation, Foundation zu schaffen, ist natürlich, ich bin alter Ossi, zu Ostzeiten mit Amiga-Platten und Amiga-Kassetten groß geworden. War natürlich ein bisschen limitierter als das, was heute ist und die erste Platte, die mir meine Tante geschenkt hat, es muss so um 1983 gewesen sein, vielleicht auch 1984, ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, wann es war, aber ich kann mich nicht erinnern, was es war und es war der Greatest Hits of Rolling Stones zu der Zeit. Ich hatte auch das große Glück, dass ich Mick Jagger bekochen durfte, 19 und nee, 2002, in einem berühmten Hotel in London. In London war das, ja. Und ich habe eine schöne Autocom-Karte von ihm, wo draufsteht Chef IQ Rock. Ja, okay. Das ist natürlich von so einem Guru, der Rockkunst, Rockmusiker, das ist natürlich ein super Ding. Deswegen Stones, all the way. Okay, gut, dann hören wir mal rein in die gute Platte. Also mein Lieblings-Track von dem Album, ich weiß nicht warum, wie gesagt, es war 83, 84, ich war 14, 13, 14, 15 Jahre so in dem Alter. Hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen, war Lady Jane, weil es eben so ein bisschen mellow ist. Das war, ich glaube, so ein bisschen der Anfang von diesem Barock, Rock wurde das genannt, was so ein bisschen nicht so ganz in die Fresse gespielt wurde, sondern mehr so ein bisschen akustisch, melodisch. Aber hören wir mal rein, wie gesagt, es hat mir damals sehr gut gefallen. Ein bisschen, ein bisschen lecher. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eigentlich so ein bisschen, denke ich mal, eine Liebeserklärung an verschiedene Frauen. Wie man da gemerkt hat, Lady Jane wurde aber einmal Lady Anne. Das ist so ein bisschen, ich glaube, er war so um die 21, 22 Jahre, als das Lied geschrieben wurde. Jagger, ich glaube, es war 1966 oder so geschrieben. Man merkt eben, ich glaube, es ist so ein bisschen die erste Liebe, denke ich jetzt mal, ohne das genau zu wissen. Aber deswegen hat es mich auch ein bisschen berührt. Es ist jetzt wirklich nicht so ein in die Fresse Rock, wie Satisfaction oder Let's spend the night together. Oh, get out of my cloud. Wir haben das Cover, wir haben hier, wir zeigen mal das Cover. Das ist das gute Stück, alle fünf drauf. Amiga, die ich halt dann vermittelt. Amiga, hier sieht man es, genau. 16 Mark 10, das gute Stück, war ich meiner Zeit das letzte Mal wert. Das war zu Ost-Zeiten sehr viel Geld, um eine Platte auszugeben. Wo sind wir? Hier sind wir, da ist er. Und alles an Titeln drauf, was man so kennt. Satisfaction, Lady Jane, das Tears Go By, Panned It Black, geiler Stück auch. Get out of my cloud, She's a rainbow, Jumping Jack, Flash. Ruby Tuesday, auch ein gutes Ding. Honky-Ton Woman, natürlich auch. Also sind ein paar gute Sachen drauf. Und wie gesagt, das war damals eine Platte, die man auf jeden Fall haben musste. Steht sogar drauf hier, ne? 16 Mark 10. Okay. Und das war beim durchschnittlichen Gehalt von, was weiß ich, 600, 700 Euro auf die Hand, natürlich einen Haufen Geld für eine Schottelhaus zu geben. Was ganz cool, ja. Man muss natürlich noch anstehen. Also die, die früher, wenn es Platten gab, ob es nun Bruce Springsteen war oder was weiß ich, Peter Macher oder was es da immer alles gab, die, die, es wurde ja nie eine Lizenz gezahlt, glaube ich, von der Amiga, gehen die Gerüchte rum, weiß ich nicht, ist mir auch egal, mir ging es um die Musik. Aber man hat eigentlich an der Schallplattenabteilung immer erkannt, es war was Gutes zu verkaufen. Wenn eine Schlange war, du hast gar nicht gefragt, was zu verkaufen wurde. Erstmal angestellt. Angestellt und irgendwie konntest du es schon gebrauchen und wenn du es nicht gebrauchen konntest, war es für irgendjemand, den du es dann weiter verscherbelt hast. Das war so ein bisschen für die alten DDR-Nostalgie gerne Sache. Anstellen, Kaufen und dann schauen, was damit gemacht wird. Was noch ganz interessant ist, weil ich mir auch so ein paar Amiga-Platten angeguckt habe, das Regime hat sich das über die Plattenfirmen auch nicht nehmen lassen, solche West-Pop-Rock-Musik ein bisschen zu kommentieren hinten auf dem Cover. Das ist mal ganz interessant, wie versucht wurde, da trotz der Pressung, trotz dieser West-Musikpressung, ein bisschen Einfluss zu nehmen auf die damalige Jugend, was die Musik anbetrifft. Das ist alles so ein bisschen, ja, es ist nicht so ganz euphorisch. Ja, aber es war natürlich auch, wie gesagt, ich habe die Insights, es war natürlich auch so ein bisschen die Sachen, die auch selbstkritisch mit ihrer Gesellschaft umgegangen sind. Die entweder sehr neutral waren, wo es um Liebe und nichts Politisches ging, oder die dann eben auch, ich sage jetzt mal, Bruce Springsteen sein, Born in the USA, geht ja auch sehr selbstkritisch mit den USA zu seiner Zeit um. Das war natürlich auch wieder ein Instrument für das DDR-Regime, wo man sagen konnte, seht ihr, nicht alles ist toll in den USA, wenn sogar ein so großer Musiker wie Bruce Springsteen das Sachen hinterfragt und sich eine Meinung dazu bildet, dass es besser laufen könnte. Okay, kommen wir jetzt mal zu dem, also wirklichen Sahnestückchen eigentlich, was du heute mitgebracht hast. Das ist eine Musik, die ich überhaupt eigentlich bis heute nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte zwar mal eine Platte von dem Künstler unter meinen ganzen Platten, die ich damals hatte, aber eigentlich war der für mich nie so im Fokus und er ist mittlerweile gar nicht mehr unter uns. Er ist nicht mehr unter uns. Er ist nicht mehr unter uns. Er ist 10. Januar vor zwei Jahren, also 2016, von uns gegangen, kurz vor seinem, oder kurz nach seinem 69. Geburtstag. Wer weiß, um wen es geht? Es ist David Bowie. David Bowie, genau. Und hier geht es um die Platte, die du dir ja kaufen würdest, wenn du heute wieder anfangen würdest, mit einer Schaltplattensammlung. Warum? Also erst mal, um welches Album geht es? Es handelt sich um seine vorletzte Platte. Das gute Stück heißt The Next Day. Das Cover original darunter ist von seiner Hero-Platte. Und die Geschichte war dann eben dann auch so ein bisschen zurückzugehen und was er, was sein Lebenswerk, was er bisher alles gemacht hatte. Sie haben dann überlegt, was sie jetzt für einen Cover da machen könnten. Haben gesagt, wir nehmen einfach das Hero-Ding, was jeder kennt mit seiner Pose, mit der Hand hoch, was er auch von vielen Künstlern nachgemacht wurde, unter anderem von Navelle. Und dann haben die einfach das Quadrat aufgemacht. Dann haben wir einfach das Quadrat aufgemacht. Weil man dann eben auch diesen Bezug hatte. Jeder kennt die Platte. Gerade die Berliner Hero ist natürlich, in dem Lied geht es um die Berliner Mauer, um die Situation in Berlin, als er hier gelebt hat, als er das Lied geschrieben hat. Und gerade für Berliner oder die, die Berlin lieben, so wie ich, hat es natürlich einen Riesenbezug. Ich muss ehrlich dazu sagen, es hätte jede Platte sein können von Moji, weil es ist so ein bisschen meine Entschuldigung für mein schlechtes Gewissen, dass ich ihn über ein paar Jahre aus den Augen verloren habe, weil als ich jung war, mit 13, 14, 1982, Let's Dance, und jetzt habe ich das andere Lied vergessen. China Girl. China Girl. Das waren Sachen, wo Mo von Fernseher bei Formel 1 hieß, die Musiksendung früher, oder aufgenommen haben mit Kassette und draufgedrückt und allem drum und dran. Aber es hätte wirklich jede Platte sein können, weil es ist wirklich ein einmanniger Künstler. Und mir tut es ein bisschen leid, dass ich so viele Jahre gebraucht habe, um diese Sachen wieder wertzuschätzen. Und dass ich mich mit Musik zwischenzeitlich beschäftigt habe, wo ich heute noch nicht mal irgendwie reinhören würde. Aber ich glaube, es ist auch eine Entwicklungsfähigkeit. Zeig mir mal, klappt mal auf, wie dieses ist ein Gatefold, also so ganz schön gemacht. Ja, wie gesagt, hier ist dann die Platte drin. Ist auch eine Doppel-LP, also es sind zwei Platten. Wie gesagt, das beste Lied für mich hier drauf ist You Will Set The World On Fire. Und der Hintergrund ist, die meisten kann natürlich wissen, er war jetzt so um die 65, 66 Jahre, als er das Lied geschrieben hat. Und das hat so viel Energie, das hat so viel Lebensfreude, das hat so viel Esprit, dass man denkt, das hätte ein 25, 30-Jähriger geschrieben. Und wenn wir gleich mal reinhören, dann werdet ihr sehen, was ich damit meine, weil das ist wirklich ein mitreißendes Lied, das Bo ja auch so ein bisschen abrundet oder darstellt, wie er eben auch noch mit 66 war. Das war natürlich ein Jahr oder zwei Jahre vor seiner Krebs-Diagnostik. Das heißt, es ist das vorletzte Album? Das vorletzte Album, das letzte Album habe ich auch mal mitgebracht, weil wie gesagt, es hätte wirklich jede Platte sein können von ihm, die mich in irgendeiner Weise berührt. Das letzte Album ist dann natürlich Black Star, wo er dann so ein bisschen mit seinem Leben abschließt, und aber auch ein musikalisches Meisterwerk meiner Meinung nach hinterlässt. Dann hören wir jetzt mal in deinem Formelieb ein. Mein Song, You Will Set The World On Fire. Okay, das machen wir mal. Das ist ein bisschen lauter. 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 Musik You will set the world on fire. You will set it on fire. Also ich geh mal hier raus. Auf jeden Fall, du hast recht, der hört sich überhaupt nicht an wie 66. Also auch diese Energie, die da rüber kommt, das ist auch, wenn man Elitex, die meisten oder alle können wir natürlich ein bisschen Englisch verstehen, also diese, du wirst die Welt in Flammen setzen, also diese Begeisterung, diese, du schaffst alles, was du kannst, kannst du schaffen, kannst du machen, du bist der Beste, du bist der Tollste, glaub nur an dich, das kommt in dem Text eben rüber. Und wenn das ein 66-Jähriger noch drauf hat, um Gottes Willen, dann kann ich mich ja mit meinen 48-Linzen da nicht unbedingt beschweren, dass ich da mal einen guten oder einen schlechten Tag habe, also echt Hut ab vor diesem Song. Und er hat natürlich super Musiker auf der Platte drauf. Auch seine Reality-Tour, die er da hat, wo er wahrscheinlich die besten Musiker und die beste Live-Performance geliefert hat, habe ich ja auch zu Hause, leider als CD, aber ist ja egal, ist trotzdem, da merkst du das mal, was das für ein Genius ist. Also ich glaube, wir haben hier den, wir wissen das noch nicht zu schätzen, aber ich sage mal in 100, 200 Jahren könnte das hier so ein bisschen wie der Mozart unserer Zeit sein. Denke ich persönlich, wie gesagt. Okay. Eik, hat mich gefreut, dich hier zu haben mit deinen zwei Scheiplatten, mit deiner ersten und der besten von Boi. Das war's, liebe Leute, für heute. Nächste Woche dann wieder mit einem anderen Gast, der auch aus dem ehemaligen Osten kommt und wahrscheinlich eine Frau ist. Und die hat uns auch eine ganz nette Geschichte zu erzählen. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.